Dieser schicke und äusserst praktische Ford Transit Custom Trend L2 könnt ihr schon bald vor ihrer Tür stellen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Diesel erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Eine Schiebetür rechts und Doppelschlügeltüren hinten erleichtern das Beladen. Im Laderaum gibt es einen Vinylboden. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort für drei Personen. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Transit schützt Sie rundum mit ESP, Airbag, Nebellampen vorne und der Heizbahnfrontschale. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch am Bluetooth-Freisprecher. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Mit diesem schicken und äußerst praktischen Ford Transit Custom L2 Trend und seiner umfangreichen Ausstattung, wenn Sie immer viel Spass haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einer Verprobe. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie.